Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute nutzen wir mal wieder das schöne Wetter und heute gehen wir mal in den Monkey Forest. Kommt einfach mal mit und wir schauen mal, was da alles Tolles gibt. Da ist Baby, ja. Nicht so nah ran, immer einen Meter weg. Schaut mal, hier ist sogar ein eigener Affenfriedhof. Danke für die Mauer, wenn ihr braucht. Ihrhtaliert die Mauer. Hier machen die Mauer. Dr. comes mit dem Papier und Wasser rein. Bis zum nächsten Mal. Ich unterstütte das Mauer. Ich liebe die Mauer. Achtung! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.